Hallo! Wir sind zurück! Wir sind zurück! Ja, aber immer, dann mach doch eine richtige Antwort! Wir sind zurück bei Auri! Pika hat sich ausgesprochen und mit mir geprübelt, dass ich es noch einmal zu tun möchte. Wir schauen uns das mal an, ob sie hinkriegt. So, genau. Jetzt rüber und kommen dann. Oh! Oh! Wieder rüber! Das war jetzt ab! Darf ich jetzt weitermachen? Oder willst du jetzt weitermachen? Ja, dann mach du! Dann mach ich weiter. Dann mach ich wieder klein. Ja, jetzt frag mich Sachen. Wie endet die Geschichte vom ersten Teil? Du wirst dich jetzt spoilern. Aber an sich hat... Naja, ganz ehrlich, wer Teil 2 spielt und Teil 1 vorher nicht immer, da ist es auch selber schon. Es gibt manche Leute, die vielleicht einfach nur so gerne zugucken. Ähm... Wie hat das Teil 1 geändert? Ähm... Ich glaub der Vogel hatte sich gehofft. Ähm... Was? Den hätte ich schon lange Platz gemacht. Den hätte ich schon lange Platz gemacht. Ja klar. Ist das gestorben? Ja! Warum? Ich muss mich doch an diesem Auto berühren. Ich könnte nicht drauf sein. Echt? Du musst da einfach immer noch drauf. Ja, aber ich würde auch gerne diesen Schlag ausgleichen. Was? Ich schlag schon auf, dass der gar kein... Das sieht man! Na doch, dich trifft der genauso. Ich fülle mich nicht. 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 Ist sicher das ja richtig laut. Ich fülle mich. Es sieht auf aus! Ich habe jetzt beim ersten Teil nicht viel gesehen, ich habe ja nur das Ende mitgekriegt, wo ich dann geholt habe, und wo ich die ganze Story nicht gesehen habe... Dann weißt du doch das Ende. Ja, ich weiß noch, dass ich geholt habe, weil ich weiß vom Inhalt nichts mehr. Und, ähm, wie ist das jetzt, ist das denn meine Annahme richtig gewesen, dass dieser relativ tote Baum, den wir am Anfang gesehen haben, wo die beiden abgestürzt sind, Ist das so, außer wie beim ersten Teil, den wir im Auto bauen? Ähm, es ähneln dem, aber es ist nicht der. Ja, das ist nicht der gleiche, das ist klar, wenn wir von hinten kamen. Wir haben den ja im Hintergrund noch geteilt. Ja, ja, genau. Also ich hatte ja dann irgendwann gesagt, dass ich der Baum... Aber ich hatte halt das Gefühl, dass das sozusagen so rumgeht, hier ist noch eine Welt gegen gerettet werden muss. So wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Also ja, klar, ich gehe davon aus, wir müssen jetzt erst die Eule finden. Dann die Feder finden, zusammen mit der Eule. Wie heißt denn die Eule? Wie heißt denn die Eule? Wie heißt das der Eule? Und, und ... Und, 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 und. Und, und, und. Und, 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 dass wir dann, ähm, Guck mal, merkst du, dass ich hier nicht gelobt bin? Schön, Master, schätze ich. Du bist nicht erst, wenn du da bist und ich, wenn du mitgekriegst. Ich bin schon in einem extra Sonderartikel. Ich hab dich nicht mitgekriegt. Wer soll ich das denn sehen? Überhaupt weißt du ja überhaupt was. Ich weiß das nicht. Wieso, da wolltest du hin, ist doch okay. Stimmt, ich muss sowieso woanders hin. Ja, jetzt ist... Ich dachte, hier ist der Quelle. Wir haben ja hier unten aufgemacht. Ja. Und ich bin einfach jetzt den Weg gegangen, der eigentlich zurückführt. Aus dem eckigen Raum. Ich wollte aber hier noch reingucken. Aber, ähm... Bei der Quelle musst du ja gar nichts machen. Was auch da bei einer Quelle ist, damit ich was machen kann. Ne, das war ich nicht. Was auch da bei einem Geld und bei einer Reinhardt erhalten... Also. Na, weil ich moles nicht leise. Zählen… Ich habe hier gewählt. Was? Maximal Leben wurde erhöht. Kann man nämlich vier abholen. Stimmt, was war denn an dem Ende des Wurzungs? Ich glaub was, weil die Emote sich ja von ihrem All verabschiedet hat. Genau, weil sie da was gemacht hat. Du fandest ja auch so, dass eigenes Nachhol gestorben wird. Also die Mama von Ori. Mama von Ori. So, dann haben wir das. Ja, ich mag halt so stehen, wenn sie halt so tot deprimiert anfangen. Ich mag auch nicht die tot deprimiert Ellenbogen. Sie mag auch tot deprimiert Ellenbogen. Versuch mal mit ihr Handschuh. Das hat bei mir einen ganz anderen Hintergrund. Wenn man meinen Background hat mit Erfahrungen, dann kannst du diesen Punkt übernommen. Das ist dann für jeden verständlich, außer für dich. Dafür muss ich aber auch. Ja, dann verstehe ich. Soll sie dir nicht irgendwer helfen? Ich klinge nicht sehr überzeugt. Ich weiß, ich bin mutig. Oder zumindest schwere ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie dem Schädel von Paul. Aber ein Krankzahn tut's auf, wenn dir der Schädel zu schwer ist. Ich habe Paul im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Kannst du die anzeigen lassen? Guck mal bitte auf die Karte. Im Osten war ja hier. Im Osten ist da. Da oben müssen wir ja eh hin. Genau. Also gehen wir jetzt Richtung Osten. Guck mal, wie falsch wir laufen. Hier Inventar. Crestgegenstand. Dein erster Schlüsselstein. Ich sehe hier aber keine Nebencrest. LB. Crest und Nebencrest. Cartoon Crest. LB. LB. Okay. Weil dann sind wir hier. Fokus. Teilz. Questverfolgen A. Ah, okay. Das ist der Weg, den wir gelaufen sind. Ja, aber wo sollen wir jetzt hin? Wir gehen erstmal weiter. Ich weiß halt nicht, wer Hon ist. Dieser Hund, den wir hier gekämpft haben. Ja, dann müsst ihr jetzt hier gucken, ob ihr was liebt. Würde ich sagen. Also wenn du sicher bist, dass es der Hund ist, dann... Ich vermisse es. Weil ihr ja auch gesagt habt, im Osten, aber hier liegt halt einfach nichts. Über den Schäden? Bier bitte ist der Schein. Doch warte, geh mal ein bisschen weiter zurück. Er ist doch da unten gestorben. Warte mal. Geh mal ein bisschen zurück. Er ist doch hier runtergefallen. Er ist hier runtergefallen. Nein, wahrscheinlich musst du dann auf ihn kämpfen. Dann verliert er das gerade. Okay. Was ist hier wirklich? Weil eigentlich ist die Nebenquest so, dass... Also wenn man da schon schlägt... Ja, ist es doch. Dass das nicht weit weg sein kann. Dein Wiederhuber bringen, bitte. Dein Wiederhuber. Doppelsprung. Ernsthaft? Ja, Doppelsprung hochspringen. Der Sprung ist nicht hoch. Es war knapp. Der Sprung ist nicht hoch. Oh, ein echter Panzer von Haul. Jetzt wird niemand mehr wach, die Mutigen zu haben. Das ist für dich. Ich bin Mutig, aber ich bin auch großzügig. Ernst. Ernst. Beute von dir. Dann geht es hier nicht mehr groß weiter. Außer da oben, aber da kam ich jetzt nicht ran. Ja, da müssen wir aber hin. Das ist die richtige Richtung. Ja, oder? Ich guck da nicht hier hin. Nein, 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 nein. Soll ich nochmal gucken? Ja, bitte. Ich guck das mal. Okay, das ist das mal. Ich guck da nicht. Ja, ich guck das mal. Ich guck das mal. So, siehst du, ich komme nicht nach da oben. Da, über mir. Da ist diese Stelle, wo ich ran musste. Gar nicht, aber wenn du da nicht einen Doppelsprung machst. Wie soll ich denn da einen Doppelsprung machen von da unten? Jetzt hoch. Hoch erstmal. Ja, über die Lilianen da oben. Kann ich an denen festhalten? Ich zeig dir. Kommt nicht dran, aber auch nicht die Stelle. Hier geht's noch nicht weiter. Ein Metroidvania, was das jetzt hier ist, zeigt einem gerne mal Sachen, wo man hin kann, aber noch nicht hinkommen. Weil man braucht bestimmte Fähigkeiten, um zum Beispiel eine Wand aufzunehmen. Um zu schießen oder, ne? Das ist halt das Interessante an dem Spiel, dass man es halt nie umsonst gibt. Man kann sich nur einfach nicht mehr schießen. Man kann sich nur einfach nicht mehr schießen. Nein. Und erleidert mehr Schaden. Ja, würde ich sagen. Aber ich erleide auch mehr, ne? Ach ja, stimmt. Was war das? Du verursachst und erleidert aber mehr Schaden. Okay, dann nervt mich. Ja, genau hier. Jeder steht. Ja, ne? Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte L gedrückt. Ja. 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 Wenn der so Dobis hier nicht ist, ist das besser. Bitte. Dobi. Lass da. Duhi. Was ist denn das für ein Stink? Ah, ich drück mal den falschen Trab. Genau, ich würde hier mal gucken. Was ist das? Ja, da muss man oben. Soll ich da mal hin? Ja. Was für mich ist, wenn ich rückgültig nach morgen, würde ich gar nicht für dich dagegen zu holen. Das ist so. Was ist das für mich? Ja. Ja. Das war ein ganz schöner Schloss, du hast meine Karte tropfnest gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja. Richtig heißt es, du wärst nach einer Freundin, du bist nach einer Freundin zu gucken, was er dafür besser geeignet hat. Möchtest du eine Karte dieser Sachsen, die wir zu tun haben? Die Frau sagt, ja, Geld ausmieden, wäre ja immer okay. Das habt ihr nicht gesehen, jetzt komm, komm, zeig es nochmal der ganzen Menschheit. Verbind dich zu sein. Da hebe den Fieber. Das ist groß. Gib mal her. Was denn? Was denn? Da müssen wir hin. Wir können jetzt nämlich einfach hier gehen, laut dem. Wo müssen wir hin? Da, ach wir müssen da hin. Scheiße, ich dachte, wir müssen hier hin. Wir müssen hier oben rum, wie du das siehst. Da ist doch auch Ende. Da ist Ende überall. Wie ist das nicht? Dann geh mal runter. Hier ist es offen. Ja, oben war auch noch offen. Da ist offen. Ja, das ist noch. Entschuldigung, da ist offen. Da. Da ist zu, 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 zu. Bei meiner Meinung nach ist das hier zu. Aber wenn du noch da gehst, da oben ist auch offen. Da kann es dann entlangführen. Darf ich wieder? Dann brauchen wir ja Ewigkeiten. Das war eine einzige. Ja, bis wir in der Hauptquest weitergemacht haben. Oh, ma, Bärer. Oh, äh, 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 oh, jett. In wie vielen Stunden viel war das erste? Äh, 20 bis 30. Ich wollte gerade sagen, das war doch nicht so lange, weil das fühlt sich jetzt noch 60 Stunden an. Guck mal, da hast du die erste von was-was-ich-wie vielen. Und wir sind dann nicht mal da. Ja, genau, du weißt nicht, es ist jetzt nicht wie ein Rollenspiel, da sind die beiden Städte. Ach so, du meinst, die könnten auch nur drei sein. Hier hast du drei Hauptortwarten zweit beim ersten Ausgleich, da hast du so Rantens, die du hast. Weißt du, das macht dich ja bei Pokémon, die graslinig durchlaufen. Was macht der? 10% weniger erlittenen Schaden. Das ist doch gut. Kein Negativ. Ich sehe hier wieder nicht weiter. So, gut, wir weiter haben am gemeinsamen Punkt. Der Kiff war nicht gerade so. Ernsthaft? Kenne ich nicht. Wie soll denn das sein? Mit welchem Anfangsbestimmten? M. Ernsthaft? M. Warum? Warum macht er das? Bist du auch wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquell ist in all seiner Fahnen verpackt. Eine ganze Generation Mochi ist alt geworden, seit sich die Blühenräder zum letzten Mal haben. Nämlich. Wie sieht er aus? Wie hat er Angst, denn so weit hier draußen, irgendwas muss sie aus ihrem Nest gescheuht haben. Wir sind einfach bedrohend, obwohl nicht du, oder? Du siehst Kameram. Das sollten wir jetzt machen. Nichtsdestotrotz bin ich ein Waffenmeister. Würde die Durchschnittsverbesserung, die dir auf deinen ersten Einkommen auch einhabern. Ah, okay, hier kann man das dann machen. Hatte mich schon gewundert. So, was wollen wir denn verbessern? Ein Stachel verwendet Energie, wirft eine Mächte und Speer aus Licht. Geisterschlag, er leidet fein mit einem Stachel vom Umschlag. Setz Bietner im Umkreis in Brand. Lebst ein Stern, der zurückkehrt. Seine Geisterfülle entstehen, die sich im Umkreis. Also entweder das würde ich sagen, oder das hier. Dann würde ich die Geisterkugel machen, wir brauchen nicht so viel Energie. Ne. Wen denn hier? Geisterkugel, ich hätte jetzt 400. Die sind alle 400. Entschuldigung. Das hier, das oder irgendwas anderes hätte ich nicht gesagt. Der Stachel ist halt auch nicht schlecht. Verbrauch aber viel Energie. Steht denn das? Steht da drunter. Weil wir eine große Menge an Energie. Oder setzt der Gegner im Umkreis in Brand. Ne, das finde ich doof. Ich finde das hier doof. Ja, dann machen wir das oben. Ne, nicht die Geisterkugel. Das ist doch schuld. Dann machen wir Geisterschlag. Dann machen wir Geisterschlag. Dann machen wir Geisterschlag. und dann machen wir ganz schön. Ich werde jetzt auch hier sein. Ja. Es pinned nicht zu,б Okay, okay. Ich mag die Attacke. Ja, das war die. Das war ein Geisterschein, wenn die zu seinen Sachen sagten, so, ja, bei denen. Ach ja, da unten. Gehen wir da erst mal hin? Wie du möchtest. Ja, da können wir speichern, Alter. Weil die müssen ja auch gut. Ja, dann bist du. Du speichert sonst gar nicht. Ich, Alter, du nimmst jetzt noch nicht mit. Okay. Dann macht's ja so Quicksave, aber auch der Hauptspeiser rein. Wenn wir jemanden im Chat hätten, könnt ihr mir das sagen. Wir sind uns gegen die Betriebe. Er ist nicht so schön, wir können. Wenn wir uns genau mit dem hierher gucken. Aber wenn wir das versuchen, sind wir eine Beidegabe. Wunderschweinig ist gut, dass wir gut machen, oder? Ich habe ein paar Informationen, wenn wir das auf dem Sitzel geben. Ich habe jetzt keinen Überblick, oder? Ich habe jetzt auch eine Beidegabe? Schatz, mach doch mal. Ja mach ich doch! Das ist doch mal A-Druck. X? Wo geht man das jetzt nicht? Da! Da haben wir doch grad was. Wir haben ja noch so eine Fähigkeit. Achso. Oh Mann. Was denn? Ja, weil du nicht hier von dir überall gestanden hast. Oh Gott. Einsam bekommen wir eben. Was? Da oben ist so ein blauer Stahl. Da oben ist so ein blauer Stahl. oh da da ist da da wenden energie das war das war schweig schweig ja schweig nein ah hier jetzt was falsch da guck nicht die 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 Das könnte keiner ahnen. Was war das denn? Wir müssen es probieren. Dann probier es. Wie aktiviere ich das? Dix, steht doch da. Dix, steht doch da. Warum, ich dachte, ich hätte es getroffen. Ich habe doch gesagt, du musst hüpfen. Oh, der ist schön. Oh, der ist gut. Hahahaha Wir haben es. Perfekto. Splitterplatzverbesserung. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Ich finde weitere ok. Oh nein. Oh nein. Futschbinder. Ja. Ja. Was ist das? Ja, ich bin ein bisschen Kampfschein. Ich stöte da gerade. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Oh, das war's, Papa. so dann würde ich sagen bei dem alten mann machen wir für jetzt feierabend und beenden das video wir wünschen euch noch einen schönen tag viel spaß und bis zum nächsten mal was kurz noch die überlegung wollen wir das noch weiter probieren dann in der nächsten folge lag ich mich drauf fest ist rika dran